Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für alles gibt es eine Saison, auch für die Früchte und Gemüse in unseren Läden. Eine Ausnahme machen die Bananen. Sie haben immer Saison und sind bei uns zu jeder Jahreszeit erhältlich. Dass das nichts mit Zauberei zu tun hat, sondern mit modernster Technik, aber auch mit viel Know-how, Engagement und Fingerspitzengefühl der Mitarbeiter, zeigen wir Ihnen jetzt in einem kleinen Filmbericht. Zweimal pro Woche kommt das Bananenkühlschiff von der Dole Company in Antwerpen an. Die lange Reise von Costa Rica dahin verbringt die heikle Fracht statt in der normalen Luft in einem kontrollierten Klima, damit die Frische und die Qualität auch unterwegs erhalten bleiben. In aller Frühe wird jetzt die Ladung gelöscht. Ein Teil davon auf die Bahn verladen und in die Schweiz nach Kaiseraug transportiert. Dort wird sie schon am nächsten Morgen in der Coop-Bananenreiferei für die Eingangskontrollen erwartet. Hier im Herzen der Reiferei gibt es als erstes Stichproben. Zwölf Kartons von jeder Wagenladung werden ausgepackt. Der Inhalt, auch unter der Schale, kritisch geprüft und die Temperatur des Fruchtfleisch gemessen. Dann erst geht es weiter in die Reifekammer, wo die Bananen die nächsten vier bis acht Tage unter ständiger Aufsicht verbringen. Der Computer überwacht und steuert zwar alles, trotzdem kontrolliert ein Spezialist zweimal am Tag die richtige Temperatur und schaut, wie die Bananen diese schöne, gelle Farbe oder eben den Reifen gerade erreichen, den wir Konsumentinnen und Konsumenten am liebsten haben. Die reifen Bananen sind sehr empfindlich auf Durchzug und Kälte. Gut ausgebildetes Personal sorgt darum auch im Laden dafür, dass sie richtig gestapelt und vorsichtig ausgestellt werden, damit keine Schäden und der Dauer, keine Verluste entstehen. Und Armin, haben Sie gewusst, dass Bananen die weltweit die meist exportierte Tropenfrucht ist und auch bei GOP an erster Stelle steht? Ich habe es fast vermutet. Darum gibt es auch heute wieder mal ein Rezept mit Tollbananen. Grüezi miteinander. Dünne Kalbsplätzchen in Streifen schneiden und abwechslungsweise mit Bananen- und Peperoni-Stückchen auf Holzspiesschen stecken, wie ich es hier schon vorbereitet habe. Dann die Peperoncino-Streife mit Sojasauce, Zitronensaft, Pfeffer und Erdnussöl verrühren. Die Spiesschen damit bepinseln und die Zutekte im Kühlschrank mindestens eine Stunde marinieren. Und für die Sojasauce, die nach der Pause dran kommt, Erdnüsse und Kokosflocken in einer Teflonpfanne hellbraun rösten. Dass auch Tennis-Spieler regelmässig Bananen essen, ist anzunehmen. Mit Bestimmtheit wissen wir aber, dass sich Davidoff Swiss Indoors seit den letzten 30 Jahren zu einem von den bedeutendsten Hallentennis-Turnieren der Welt entwickelt haben. Coop gratuliert zu diesem Jubiläum und ladet Sie ein zur Wahl vom Tennis-Player of the History. Sie entscheiden, welcher von den 12 grössten Tennis-Cracks gewählt wird und am 10. Oktober, am Finalsontag von Davidoff Swiss Indoors, dem Gewinner von unserem Wettbewerb den Hauptpreis wird übergeben. Wer an der zweiten Runde mitgemacht hat, kann auch heute wieder je zwei von 800 Eintrittskarten gewinnen, die insgesamt verlost werden. Diesmal offeriert von Hero Le Fui Aprikosen-Gonfi, Bon Appetit Gemüseplatte, Kikodoro Kaffee Cremino, Goldstar Rahm Glacé und Dohl-Bananen. Und damit sind wir auch schon beim grossen Jubiläumstreffer, einem Mercedes-Benz C 180 Sport im Wert von über 50'000 Franken. Der neue Mercedes C 180 Sport bringt Sie auf Touren, bevor Sie einen einzigen Kilometer gefahren sind. Schon das Anschauen allein ist eine Freude. Eins von den schönsten Autos der Welt ist serienmässig mit 16 Zoll Lichtmetallfelgen und Sportfahrwerk ausgestattet. Die Stossfänger mit Spoiler- und Seitenschutzlisten sind in den Wagenfarben lackiert. Schon Styling verratet eben die innere Topform der C-Klasse. Sie sehen, mitmachen lohnt sich. Vielleicht sind Sie schon bald selber der Besitzer dieser fantastischen Limousine. Zuerst geht es jetzt aber noch weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts. Bitte Armin. Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen, die Spiesschen beiseitig braten, rausnehmen und warmstellen. Davon mit Weisswein und Wasser auflösen und aufkochen. Die Erdnussbutter drin lassen schmelzen, die gerüsteten Erdnüsse und Kokosflocken dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Sojasauce würzen. Zu diesen Kalbfleischspiesschen passt zum Beispiel ein Basmati oder ein Parfümreis und das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke Armin. Noch mehr versüssen wird Ihnen als Rezept unsere Bananenaktion. Ein Kilo Dohl-Bananen kostet nämlich nur 2,20. Auch die Arni-Branche sind günstiger. 30 Stück kommen Sie für 7,90 über. Mit der Go-Profit-Karte gibt es eine original WC-Ente mit Nachfüller für 3,35. Sie wissen ja, Go-Profit-Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.